Hallo alle zusammen, hier ist wieder Exikator mit Let's Play Popolo Cross. Wir haben diese Prinzessin hier gerettet und sie möchte mit uns zusammen rumhängen. Und wir gehen also wieder auf die Suche nach den Kindern, weil Gummy Gummy Devil oder beziehungsweise der Steel Devil, Steel Star Teufel, war halt nicht der Übeltäter, beziehungsweise nicht den, den wir gesucht haben. Ja, was ich vergessen habe, es gab ja doch ein Theater und ich habe es nicht gesehen. Aber ich bin wieder zurückgegangen. Ich habe also nochmal neu vom alten Spielstand nochmal durchgespielt, da im Gummy Gummy City, Steel Devil City und habe das Theater gefunden und da gab es auch den Souvenirladen und ich habe die Gegenstände gekauft. Äh, was ist das? Die Karte war das. Ähm, hier sind die. Also, gekauft habe ich, glaube ich, Gummy Castle und Nazadol. Ich glaube, das war alles. Oder? Ne? Die habe ich gekauft. Und wir können jetzt nochmal hingehen zum Gummy Gummy City, Steel Devil City. Mal schauen, wie es jetzt dort aussieht. Und, was ich auch noch vergessen habe, dass hier der Pietro... Ähm, bla 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 bla... Ich nicht immer so falsch rumdrücken. Skills. Pietro kann ja Guardian benutzen. Und dann kriegen wir nicht so viele Zufallsgegner ab. Ne? Aber hat Nassia... Hat kein... Zeug. Also, die Heil-Skills kann man immer benutzen. Was ich auch noch vergessen habe. Was wir machen sollten hier. Irgendwie auf die Gleise kommen. Aber ich weiß nicht, wie man da hingeht. Werden wir dann später anschauen, wenn wir wieder zurück sind. Wenn ich das nicht vergesse. Also gehen wir jetzt nochmal nach, ähm, Steel Devil City. Und schauen uns dann, ähm, an... Das Theaterstück. Äh... Windcutter. Alle drei. Ja, mach schon. Und direkt nach diesem Kampf werde ich dann diesen Guardian-Skill einsetzen. Was machen wir denn hier? Sexy Dynamite? Machen wir das mal. Ich glaube, das hat die Gegner beschädigt. Weiß ich aber nicht mehr so genau. Na, komm. Ja. Gut. Dann, ähm, machen wir jetzt... Ah, einmal diese falschen Drücker. Guardian. Schup. So, jetzt haben wir diesen Stern. Habe ich ganz vergessen, dass Pietro diesen Skill hat. Und so sollten wir dann wieder flott in Gami Castle sein. Steel Devil Castle. Beziehungsweise, was davon übrig ist, denn es ist ja in die Luft geflogen. Hm. So. Und ich habe mir das natürlich angeschaut, wie es aussieht, als es kaputt gegangen ist. Darum weiß ich auch, dass ich dort keine Souvenirs bekomme, nachdem es kaputt gegangen ist. Ähm. So. Darum habe ich das halt nochmal von Anfang an durchgespielt. Äh, nicht von Anfang an. Also vom Spielstand, als wir in Gami Gami City gespeichert haben. Also nicht Gami Gami City, natürlich Steel Devil City. Guck mal, wie schnell wir ankommen. Okay. Das hier ist neu. My unicycle was stolen. I want it back. Sop, sop. Hey, der hier. My favorite lord disappeared somewhere. The castle collapsed too. Hier ist noch einer von diesem Dorf. I think I heard a noise. I wonder if a thief snuck inside from the back. But there's nothing to steal. Okay. If a thief sees my wife's face, he will be astounded and run away. I can keep sleeping. Okay. All other guests went back home, but this person is sleeping here. Oh, and there was a guest who was sleeping in a theater too. I guess it's a trend. Okay. Gehen wir mal dahin zum Theater. Sagen die auch irgendetwas Neues here? The customer had something that produced a beautiful sound. I wish I could make a sound like that. I wonder why all the guests whom my lord invites here are so irritable. They got mad at me even though I didn't do anything wrong. I don't understand it. Ja. Hier ist der Theater. Do you wish to go to Steel Devil Theater? Ja? Das ist hier unter Grund. Unter der Erde. Aha, was haben wir hier? Warum hat er diese Fühler? Hum hum. Hey, are you having fun, Nasia? Of course. This is so much fun. Hm. Was ist das? Ein Schwanz? Oh, it's you, Mr. Ant. Don't you want to join us? Hm. Eine Ameise soll das sein. Soll diese Ameise a Gummy Gummy sein, weil der hatte so ein Bart. Oh, let's just leave him alone. We keep playing without him. Hahaha, we've got plenty for the winter. Nasia lebt also mit der Ameise zusammen. Come on, Nasia. Have some more. There's plenty. Thank you. This is great. What are you doing? Hm, das ist diese Geschichte mit dem... Grashüpfer und der Ameise, ne? Mit der fleißigen Ameise, die immer Vorräte sammelt und der leichtsinnigen... Mit dem leichtsinnigen Grashüpfer, der nur Musik macht. Huh? What are you doing? Why are you at my house? Excuse me. May I please have something to eat? Huh? Gajajajaja, I'm freezing and I'm starving. Please give me some food to eat. You fool! What were you doing all summer, huh? While you were playing around, I walked through the heat of summer to prepare for winter. You'll never get anything from me. No, get lost. Come on, Nasia. Let's play a game. Hehehe, kriecht der weg. And so GummyGummyAunt and Nasia enjoyed the rest of the winter playing games. Das war's. Okay. A happy end für GummyGummyAunt. I knew a front row seat would be great. I can just sit back, relax and enjoy. Whenever I come in to watch, this theater is always great. Es ist eher so ein Kino, ne? Whenever I come in to watch, this theater is always great, huh? Ach, der schläft. Der Mensch, der schläft. Der Roboter hat uns ja von ihm erzählt. I don't care that he's sleeping. I just wish he wasn't so loud. Ah. I'm so lucky that I met you, Robomi. I'm the happiest robot ever built. Our Lord's castle may be gone, but our love will never rust away. Ach, you romantic, die beiden. Sometimes it feels too good to be true and I'll wake up from a dream. Even though my Lord has disappeared, our love will never shut down. Ah, ich möchte den wiedersehen. Was hat der denn? My son disappeared. If I knew this was going to happen, I would have just brought him the silly popcorn. Okay. Der Sohn ist tot. Da kann ich überall nicht durch. Alles ist hier kaputt gegangen. War das alles schon Teil des Schlosses? War der Selbstzerstörungsmechanismus so viel stärker? Okay. Hier kann ich Sachen kaufen. Molo Slaying. Das ist bestimmt was für Gummy Gummy. Das kaufe ich mir einfach mal. Elite Sword. Mh. Fairy Seal. So. Wieso nicht? Steel Boots. Steel Boots. Ruby Ring. 95. Das ist gut. Kaufe ich mir zwei Stück von. Okay. Dann rüsten wir sie mal aus. Der hier hat doch was auch bekommen. Nicht? Der hat nichts zum Ausrüsten bekommen. Ähm. Ruby Ring. Sonst. Ach ja. Fair Seal. Hier. Und dann Jilva. Die hatte. Ruby. Ach. Gold Ring. Aber Ruby Ring ist besser. Okay. Das reicht. Sonst brauche ich hier nichts. Mh. Ja. Dann. Was machen wir dann? Wir gehen wieder zurück. Wir nehmen dann nochmal ein Skill von Pietro. Guardian. So. Und zurück nach Roma. Sollten keine Monster hier sehen mehr. Ach wie angenehm. Ah. Ja genau. Die Leute sind ja wieder zurück. Ich wusste, dass ich wieder zurückgekommen würde. Ich bin so froh, dass ich meine Freundin gesehen habe. Vielen Dank. Mein Freund und die Village-People kamen zurück. Es ist wegen dir. Kriege ich dafür auch irgendeinen Lohn. Ähm. Wir haben ja einen Auftrag bekommen vom Bürgermeister oder so. Ich bin so froh, dass sie sich entschuldigen, dann sind sie aber auf jeden Fall viel freundlicher als ihr Boss, ne? Kann ich hier übernachten oder wieso sagt er mir das? Oh, thank you very much. You came with great fanfare into the dissonant castle, defeating the enemy, like clashing symbols and quickly saved us like the piping staccato of Piccolos. Now the people of Poli Poli Village would like to show their appreciation by paying a symphony, playing a symphony for you. Oh. Will ich aber sehen. Musik. Musik. Wollen die mir was vorspielen? Hm. Aber wo finde ich die denn? Will aber, dass die mir was vorspielen. Oh. Die sieht aber traurig aus. My mother has returned home. I missed her hugs and beautiful music. Aber die sieht immer noch traurig aus. Okay. Ähm. Hier geht's runter. Und? Hier kann ich wohl übernachten, ne? Hm. Nein, ich möchte nicht übernachten. Kauf. Nein. Wo ist das also der Kaufladen? Gewesen? Ähm. Kann ich hier vielleicht was machen? Hm. Können die mir was spielen? Ah, mit sonst für sie? Mhm. Woody. Oh my. I haven't played for a while. So the strings are loose. So. Yes. Even though I had a false break, my skill hasn't changed. Ich möchte gerne was hören. Von wegen, Symphonie. Die sagen es nur so, aber meins nicht ernst. Doof, doof. Hm. Kinders. Bling, 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 bling. Machen leider keine Geräusche. Ist nur aus Holz. Ähm, ja. Gehen wir zurück nach Roma. Da kann ich nichts machen, ne? Hier. Giftjob. Habe ich schon alles gekauft. Das ist schon mal gut. Nichts verpasst dann. Ja. Da geht es wieder zurück. In das gefährliche Gebiet. Guardian. So ist gut. Wieder zurück. Guck mal, wie schnell es geht. Wenn man nicht kämpfen muss. Wenn man nicht aufgehalten wird. Jede drei Schritte. Nee. Und. Ist aber auch ein ziemlich weiter Weg hier. Die Welt ist viel zu groß hier. Obwohl das Spiel hier so total gekürzt ist. Ah. Zivilisation. Wir sind wieder zurück. Hm. Ist das eine Kiste, die ich noch nicht offen habe? Strength Seed. Gut. Jetzt möchte ich irgendwie da auf die Gleise kommen. Aber wie? Aber wie? Gab es diese Leute hier immer schon? Am Arbeiten? Hm. War ich hier schon? War ich hier schon? Okay. Irgendwie. Dorthin. Sollte ich kommen. Alright, alright. Okay. Kann ich da nicht hin? Irgendwie. Schade. Hm. Hm. Vielleicht ist da irgendein Weg von der anderen Seite oder so. Hm. Hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht muss ich warten, bis die hier fertig sind. Aber wann wären die fertig damit? Hm. Kurz mal was getrunken. Ja. Vielleicht. Ähm. Ja, wie komme ich da hin? Vielleicht hier? Hm. Oh nein. Hier ist nichts. Vielleicht. Komme ich von der Seite? Da hin? Hier sind die Gleise. Ja. Vielleicht. Vielleicht können die jetzt wieder singen hier. Mit der hat ein... Hier ist wirklich was los. Hi. It's been a long time. Hey. Everyone ready? Ach, die sind von Pulli Pulli. Die hatten wir ja vorhin angesprochen. Schau, wie's dort. Oh. Jazz. Trio. Gut. Das ist jetzt die Musik, die uns versprochen wurde oder nicht? Hm. Schmeißte einfach die Stücke weg. So. Was haben wir denn hier? I just remembered, Rina said, she had a dream about a Mermaid taking her voice away from her. I've heard that the Mermaid can become so jealous of someone who has a better voice that she steals that voice for her own. I don't think the legendary Mermaid of this town would do such a thing. Aha. Müssen wir jetzt eine Meerjungfrau töten? A singer here is having a hard time because she lost her voice. A Mermaid was jealous of her voice and did something bad to her. Please help her. As you have helped us. Hm. We should be playing in a place like this. Okay, the tuning is perfect. I'm ready to rock. Okay. Sollen wir dir jetzt irgendwie helfen können? Red' ich nochmal mit den Leuten. Hm. Ja. Okay. Hm, I see. Answers are where you least expect. You find a hint when you find something else first. Music will release your... Was steht da? Memories oder... Ach, keine Ahnung. Ähm, ja. Die Schau haben wir uns angesehen. Prinz Pietro, the port is not that way. Ach ja. Das müssten wir... Mussten wir auch machen, ne? Ai. Okay. Da kann ich auch nicht durch. Hm. Nochmal versucht. Was ist das denn? Warum liegt hier jemand? Who are you? Hey, hier war ich noch gar nicht, ne? Boffair, legendary craftsman? No, no, the owner is the best. Don't you think? You don't know? I don't think you do. Ha, hier war ich noch gar nicht. Daran erinnere mich ich mich gar nicht. It's better to have fewer customers because there's better air circulation. Today's stage is something special. Boffair can't even compare. Ha, ha, ha. Hick, I'd rather sit down and see her and drink quietly. Hick. Hm. Oh, bravo, wonderful. Okay. Phew, relaxing is best after a hard day's work. Hm, drinking isn't good for you. But I just keep on drinking anyway until suddenly it's morning. Ach du Scheiße. Alle saufen hier. I wonder why we three are... Huh? Why are there just two of us here? Where did you go? Wahrscheinlich der Typ, der draußen rumliegt, huh? I wonder why we three are... Hm? Okay. Der sagt das gleiche. Make people forget bad things when they have a good time with people and music. That's our job. Wir sind auf der Bühne. This is strange. I think we have less customers now. Wegen dieser anderen Jazz-Bar oder so? I don't know why, but I don't feel like hacking today. It's like I don't feel right. Hm. Schade, dass ich nicht vorher hier war. Ah, guck mal, da ist so ein Tunnel oder so ein Durchgang. Even if I don't stand on stage, I still practice every day, so I'll be ready for the show one day. Wohin führt er wohl? Oh. Ach, nur hinterm Tresen. Blah. The owner is like that, but she's actually a very nice woman. She will give service to anyone as long as they are courteous. Don't you see that at the entrance? Hm. The owner is like that. Vielen Dank.